Unser Körper trägt auch teilweise noch viele Programme in sich, Programme der Illusion, Programme der Manipulation und der Körper muss auch verstehen, dass wir jetzt sozusagen neu starten. Wir haben jetzt unendlich viele kosmische Frequenzen. Das ist so. Wir gehen nicht mit dem, was wir mit unseren Augen sehen, sondern wir hören lieber auf einen Politiker, der uns sagt, wir müssen das und das tun. Aber unsere eigenen Augen, unsere eigenen Erfahrungen, die zurückliegen, legen wir dann weg, weil irgendein... Mein Name ist Tobi. Willkommen hier auf diesem Kanal. Wir reagieren hier auf Menschen, die uns inspirieren, die uns weiterbringen können. Heute reagieren wir auf Pavlina Klemba, Matthias Langwasser. Neues Zeitalter. Die Erde ist längst bereit. Die Erde ist bereit. Sind wir es? Das ist die grosse Frage. Können wir endlich mal begreifen, dass wir Liebe sind zum Beispiel und dass wir einander eigentlich Gutes tun sollten und so weiter. Lasst uns sehen, was Pavlina Klemba, Matthias Langwasser zu sagen haben. Wundervolle Menschen, wirklich eine gute Energie versprühen sie jedes Mal. Also, deswegen lass uns reingehen. Danke, bist du hier. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Kommentare und so weiter. Danke, danke, danke. Lass uns reingehen. Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf die liebe Pavlina. Pavlina, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Danke für die Einladung, liebe Matthias. Danke. Ja, es ist ja wieder eine Weile her, seit wir das letzte Gespräch hatten, aber wir sind immer in Verbindung. Ja. Und wir teilen auch immer wieder die wundervollen Botschaften der Plejadier auf dem Telegram-Kanal. Und ja, was mich im Moment natürlich besonders interessiert, ist, was sagst du zur aktuellen Zeitqualität? Das ist ja, finde ich, ziemlich intensiv, so was wird es seit Anfang des Jahres. Ja, also diese Zeit ist natürlich magisch, aber gleichzeitig auch energetisch anstrengend. Also, ja, viele Menschen fühlen sich sehr müde und ja, ausgelaugt, weil wir wirklich jetzt noch große Herausforderungen erleben. Ich habe auch in der letzten Botschaft oder im Februar habe ich auch darüber geschrieben, was mir die Plejade mitgeteilt haben. Und für mich ist es dann auch so, dass ich auch besser verstehe, wieso wir uns jetzt gerade so fühlen, wie wir uns fühlen. Denn wir erleben gerade so, so ein Prozess, was wir eigentlich noch nie erlebt haben. Also in allen Inkarnationen hier auf der Erde haben wir so etwas noch nie erlebt. Und das ist wirklich eine besondere Zeit, wenn Menschen mich fragen, ja, wieso ist es jetzt gerade so schwer, dann kann ich nur sagen, ja, jede von uns hat sich diese Inkarnation bewusst ausgesucht, weil wir wussten, dass wir in dieser Zeit, in dieser Inkarnation unendlich viel, unendlich viele karmische Angelegenheiten und niedrig schwingende Programme abgeben können. Das ist ja schön, wenn wir abgeben können. Aber ja, also bei mir ist es wirklich übel seit Anfangsjahres. Dann geht es bei mir wirklich hoch angebunden, der größteste Typ der Welt. Bäm, runter, alles negativ und so weiter. Und dann geht es wieder hoch, also richtig starke Schwankungen, die ich früher, vor etwa fünf Jahren, viel mehr hatte. Und dann habe ich ja die Ernährung und so weiter umgestellt. Und dann ist eigentlich alles viel besser geworden. Und jetzt fühle ich mich wieder irgendwie fünf Jahre zurückversetzt manchmal. Also das ist schon noch irgendwie heftig, diese Schwankungen momentan. Es sagen auch viele, sie sind sehr müde und so weiter. Ja, also da ist sicher energetisch irgendetwas am Herumgeistern. Wer weiss auch, was mit den 5G-Antennen passiert, ob die hochgefahren werden und so weiter. Aber wir das auch spüren, heftige Zeiten. Und seit ein paar Wochen strömen zu uns zusätzlich noch Lichtinformationen der Sonne. Und es geht nicht um die richtige Sonnenstrahlung, sondern um die feinstofflichen Informationen, Lichtinformationen der Sonne. Denn Sonne ist auch ein Lichtportal und wir bekommen dadurch auch viele Informationen von den anderen Räumen und Seiten oder parallelen Universen. Also wir sind wirklich ganz verbunden und durch diese Lichtinformationen kann sich auch unsere, ja, die kristallinen Strukturen in unserem Körper wieder wunderbar entwickeln. Das Bewusstsein kann sich wirklich ausdehnen. Aber wieso diese ganze Müdigkeit jetzt da ist, ist deswegen, weil wir durch diese Strahlung oder durch diese, ja, feinstoffliche Informationen, wir können auf natürliche Weise unsere alten Programme neutralisieren, sogar auch welche Implantate oder verschiedene Versprechungen oder Verträge, die wir uns schon über Inkarnationen tragen. Und das ist vielen Menschen vielleicht nicht bewusst, dass gerade diese Sache gerade geschieht. Und das macht natürlich was mit uns, denn der Körper, wenn der was abgibt, dann macht uns das müde. Wir kriegen auch Schmerzen, denn wenn sich die Zellen reinigen, du bist auch in diesem Gebiet sehr tätig, was Körper betrifft, wenn sich Zellen reinigen, dann spüren wir auch einen gewissen Druck oder Schmerzen sogar. Das sind die Stellen, die eben die niedrig schwingenden Programme gespeichert haben. Ja, das macht schon noch Sinn und es ist natürlich auch schön, dass wir eigentlich auf einer höheren Ebene entgiften durch die Sonneneinstrahlung und so weiter. Wenn wir entgiften, dann kommen auch immer wieder alte Emotionen in uns hoch. Meistens, wenn wir irgendwie negative Emotionen oder so in uns hochkommen, dann greifen wir meistens zu Süssem oder zu Fetthaltig. Beides ist ja meistens zusammen, wenn du irgendeine Torte isst oder so, dann ist ja meistens Fett und Zucker zusammen. Und wenn jetzt irgendwie du ein schlechtes Erlebnis gehabt hast, dann greifst du zu etwas Fethaltigem und das sorgt eigentlich dafür, dass du diese Emotionen wie irgendwie runterstecken kannst. Du speicherst eigentlich diese Emotionen in den Fettzellen, in der Leber ab. Und das Gleiche kann auch mit Giftstoffen passieren, dass du diese Giftstoffe abspeicherst. Und diese Emotionen sind ja auch Adrenalinreste, weil wenn du Emotionen hast, dann kommt Adrenalin hoch. Und dieses Adrenalin hat eigentlich sozusagen die Emotionen, also die Information der Gefühle, die du dazumal hattest, hat sie dabei. Und dann kann es sein, dass du das einspeicherst, tief in deiner Leber. Und dann, wenn du zum Beispiel entgiftest, dann kann das wieder hochkommen. Also das Adrenalin mit den Gefühlen, mit den Informationen geht wieder in die Blutbahn. Und du kannst es noch einmal durchleben. Und deswegen kann das bei mir schon Sinn machen, dass ich mich wieder ein bisschen zurückversetzt fühle, weil halt Dinge hochkommen. Und das Gleiche ist auch mit der Müdigkeit und so weiter. Wenn du entgiftest und so, dann kannst du auch müder werden, weil der Körper lässt wieder Sachen ins System und will es aber schlussendlich eigentlich rausgeben. Also das ist schon eigentlich sehr schlüssig. Und jetzt eine Frage dazu. Und zwar, siehst du das so, dass durch diese... Es geht dann doch weiter, was das alles bewirkt. Ja, ja, genau. Also siehst du das so, dass durch die Frequenzerhöhung, die auch durch die Sonnenenergie jetzt auf der Erde passiert, dass dadurch wirklich eine Reinigung bei allen Menschen auf dieser Erde geschieht oder nur bei denen, die offen dafür sind oder sich damit beschäftigen? Ja, ich glaube, dass natürlich mehr bei den Menschen, die dafür offen sind, also die wirklich schon entschieden haben, in dieser Inkarnation viel abzugeben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Menschen, die das gar nicht wissen, dass die auch auf gewisse Weise, auf seelische Weise reinigen. Ich habe diese Botschaft veröffentlicht und zwei, drei Tage später habe ich auch ein Video von Dieter Bross dazu gehört. Und das hat so gut gepasst, weil der hat zum Schluss von dem Video gesagt, wir wissen gar nicht, was für ein Geschenk wir von oben bekommen. Der hat auch gesprochen, diese Frequenzen können unser Bewusstsein absolut ausdehnen. Also diese Frequenzen, die wir gerade bekommen, ich kriege gerade Gänsehaut, weil das sehr, sehr stimmig ist. Und auch wenn der Geist das nicht versteht von vielen Menschen, die Seele nimmt immer die Heilung an. Also Seele, die menschliche Seele speichert alles in sich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch im Kollektiv viel auswirken wird. Also der Geist kann das schon nicht immer verstehen. Aber wenn man dann das anschauen kann, okay, das ist eine Reinigung, dann kann man das anders anschauen. Irgendwie, als wenn man einfach verloren ist in diesen Gefühlen. Und es geht auch immer wieder, das Schöne ist, es geht immer wieder nach oben so. Aber trotzdem, wenn du manchmal, zum Beispiel, wenn du zu hundemüder die ganze Zeit bist, denkst du auch, hey, komm jetzt, ist ja jetzt gut und so. Ich will wieder ein bisschen mehr Energie haben und auch mit den Gefühlen und so weiter kannst du dir sagen, hey, irgendwann ist mal genug. Aber, hey, wir haben uns entschieden, hierher zu kommen. Wir haben uns entschieden, das durchzuleben. Es gibt sicher auch noch andere Einflüsse, die auf uns einprasseln. Aber ich finde das eigentlich schon stimmiger. Und wir sind aber erst am Anfang. Und vorher, ich habe auch immer wieder dazu berichtet, weil ich schreibe jetzt immer, wenn was Neues ist, dann schreibe ich immer die Botschaften auf. Und vorher war das auch noch so, dass im Dezember oder im Herbst, dass unsere Erde sich tatsächlich befreit hat. Vielleicht haben wir auch schon darüber gesprochen, von den manipulativen Zeitlinien. Und dadurch sind wir aus dieser künstlich erzeugten Quarantäne ausgestiegen. Also die Erde hat tatsächlich Zeitraumverschiebung gemacht. Und wir sind seit diesem Zeitpunkt fähig, noch die kosmischen Frequenzen der Nachbarsplaneten aufzunehmen oder anzunehmen. Und es geht vor allem um unsere Chakren. Also unsere Chakren nehmen jetzt diese ganze Schwingung in sich auf. Das war früher nicht der Fall. Das ging gar nicht, weil wir diese kosmischen Frequenzen gar nicht empfangen konnten. Durch diese Quarantäne und jetzt wollen wir natürlich unsere Chakren viel wie möglich abgeben. Also viele Programme, viele Belastungen. Vor allem die spirituellen Menschen, da habe ich immer wieder die Erfahrung gesammelt. Vor allem das Halschakra, weil viele spirituelle Menschen natürlich als Heiler immer wieder bestraft worden sind in den vergangenen Inkarnationen. Und da reinigt sich viel. Und Halschakra ist sowieso für Beziehungen, Beziehungen mit den anderen Menschen, Beziehungen mit uns selbst. Also da passiert jetzt auch sehr viel. Und auch im Bereich vom Sakralchakra. Ich habe vor drei Jahren ungefähr, vor den drei Jahren auch Nachricht bekommen, dass zwischen Wurzelchakra und Sakralchakra ein neues Chakra entstehen wird in dieser Zeit. Und das ist genau die Zeit, wo sich unsere Chakrensysteme ausrichten. Und das Chakra wird dann neue oder Aufgabe haben, die kosmische, weibliche und männliche Kraft in sich aufzunehmen. Und somit werden auch die Frauen, die schwangeren Frauen, auch diese wunderbare Anbindung an die kosmische Welt haben, an die natürliche kosmische und weibliche Kraft haben. Also es geschieht im Moment so viel und so viel gleichzeitig. Also wir tun uns wirklich ausrichten. Und durch die Chakrensysteme verbinden wir uns mit den Chakren unserer Galaxis. Ja, ich finde, da ist es sehr wichtig, dass wir wirklich mehr Zeit für uns selber nehmen. Genau in so einer Zeit, wo wir das vielleicht ein bisschen ausnutzen können. Und es gibt eine wundervolle, nicht wirklich Meditation, aber die ich sehr gerne mache, jetzt in der letzten Zeit, ist von Anthony William. Da kannst du einfach zum Beispiel dich hinsetzen oder dich hinlegen. Und du kannst die Augen schliessen und du kannst dir einfach ins Bewusstsein bringen, dass du dein Nervensystem und deine Nerven beruhigen oder entspannen willst. Und du musst nichts visualisieren oder nichts tun, sondern einfach eigentlich da sitzen und da liegen. Das Einzige, was du tun kannst oder musst, ist die Augen schliessen und einfach dir bewusst sein, dass du deine Nerven und dein Nervensystem entspannen willst. Und das ist für mich, ist das so schön, weil zum Beispiel ich habe Probleme mit visualisieren. Wenn irgendjemand sagt, komm wir machen eine Meditation und dann visualisierst du etwas, wie du irgendwo hinfliegst, dann kann ich das irgendwie nicht. Ich fühle das, aber ich kann irgendwie nicht sehen und das stört mich jedes Mal. Deswegen ist das für mich perfekt, weil ich einfach hinsitzen kann. Und auch wenn dann Gedanken und so weiter kommen, ist egal, weil es passiert sowieso, dass dein Nervensystem, dein ganzes System beruhigt sich. Und du kannst es wirklich spüren, wie sich alles so ein bisschen beruhigt. Und das ist auch gut fürs Immunsystem. Das Immunsystem wird so gestärkt, der Körper kann mal runterfahren, kann Nerven heilen und so weiter. Also ich liebe diese Meditation und du musst nichts machen, schnell vor dem Bett gehen, vielleicht am Morgen irgendwann so zwischen 10 und 15 Minuten. Du kannst aber auch weniger machen, schon nur 5 Minuten reichen völlig aus. Ich finde das wundervoll, weil du nichts wirklich tun musst. Auch wenn du denkst, ist egal, einfach immer wieder sich schnell ins Bewusstsein fühlen. Okay, ich will meine Nerven entspannen. So als Tipp, weil ich mache das gerne, vielleicht hast du auch Bock. Und das ist ja unglaublich, was jetzt gerade geschieht. Und das habe ich nur in ein paar Worten oder ein paar Sätzen beschrieben. Denn ich bekomme täglich so viele Botschaften und so viele Visionen von den Plejadern. Und das ist jetzt nur so grob beschrieben, was gerade geschieht. Und nochmal zurück zu der Sonne. Es wird natürlich nicht nur uns helfen, diese alten Programme loszuwerden, aber es werden sich auch unsere Heilkräfte somit aktivieren. Selbstheilungskräfte und Heilungskräfte. Also wir kehren tatsächlich zu unserem Ursprung zurück. Denn wir Menschen, unsere Zivilisation, menschliche Zivilisation ist auch bekannt als Heiler. Also wir sind wirklich geborene Heiler, genauso wie die Plejada. Und wir werden diese Fähigkeit wieder in uns finden. Durch diese ganze kosmische Ereignisse. Dann ist noch was, was ich aber schon jetzt öfters in Social Media auch beschrieben habe. Aber vielleicht kann ich das auch noch dazu kurz erwähnen. Vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, haben die hochentwickelten Lichtwesen und viele Außerirdischen die Struktur der heiligen Geometrie hier auf der Erde aktiviert und installiert. Installiert und aktiviert. Also diese lichtvolle Signatur, diese Kreise, die verbindet uns mit der Bewusstseinsdatenbank des Universums. Also wir sind praktisch durch das Herz. Wenn wir das Herz schon gut gereinigt haben und unsere Chakren, dann können wir uns wunderbar an das kosmische Wissen anbinden. Also wir sind nicht mehr abgetrennt. Wir sind jetzt sozusagen mittendrin. Also wir sind mit dem Universum verbunden, mit der Erde und auch mit uns selbst, wenn wir schon viel abgegeben haben. Und diese Anbindung haben wir jetzt über tausende Jahre gar nicht gehabt. Und man muss sich jetzt vorstellen, wie die ganze Welt jetzt sozusagen brodelt, wie das Ganze jetzt alles hochkommt. Weil das ist jetzt wirklich kollektive Reinigung, kollektive Korrektur, würde ich sagen, damit wir ja zu unserem Umsprung kommen. Jedes Mal, wenn ich dieser Dame zuhöre, schon letztes Mal bei der Reaction, da ist meine Schwingung, meine Energie einfach hochgegangen. Also es ist wirklich irgendwie wundervoll, da zuzuhören. Und es fühlt sich für mich so richtig an. Und dann schaust du irgendein Video über Krieg und dann bist du im Kopf und bist wütend und denkst, diese Welt ist so verkackt. Und wenn du es so etwas anschaust, dann fühlst du dich eigentlich viel besser. Und da bist du immer, da bin ich manchmal so zwischendrin so, okay, das ist wundervoll, das ist ganz verkackt. Irgendwie entweder ein Mittelweg oder wirklich halt eher das dann irgendwie. Und da merkt man, wenn du im Herz, im Gefühl bist, dann fühlst du dich gut. Und wenn du etwas Kopfmässiges kriegst und Atomkrieg und was auch immer, schon nur irgendein Thumbnail siehst oder so, dann bist du gleich in der negativen Kopfenergie und so weiter. Und da merkt man eigentlich schon, dass die Gefühle und so weiter eigentlich mehr die Wahrheit sind, als das, was du dann die ganze Zeit denkst und so weiter. Wir sind schon auf dem Weg, auch wenn das nicht einfach ist. Und wie erklärst du dir den Zusammenhang zwischen dem, was du jetzt so wunderschön geteilt hast mit uns und diesen ganzen auch teilweise extremen Ereignissen so im politischen, im gesellschaftlichen Feld, also Stichworte Zensur, Kriege, Gewalt, noch mehr Korruption oder auch eine Propaganda, die zum Beispiel auch stark gegen diese männlich-weiblichen Pole geht, durch diese Genderideologie und so. Siehst du das als einen Versuch der unlichten Kräfte, das noch aufzuhalten oder dass eben mehr einfach jetzt diese ganzen Schatten eben auch sichtbar werden, die vorher im Verborgenen waren oder eine Mischung aus beiden? Also ich sehe da aus mehreren Perspektiven. Also ich würde sagen, dass es nicht mehr Zensur gibt. Ich sehe das auch als, ja, so noch Versuche, die Menschen noch in das Günstliche zurückzugewinnen. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben. Ich habe darüber auch geschrieben, dass im letzten Jahr unsere Erde nicht mehr im Besitz von den negativen Außerirdischen ist. Haben wir uns vielleicht unterhalten. Und auch die ganzen Hierarchien, die dahinter waren, die sind nicht mehr tätig. Und jetzt ist es so, dass die Erde oder Schicksal oder die Geschichte, die zukünftige Geschichte der Erde in den menschlichen Händen sich befindet. Viele Menschen sind natürlich durch ihre Gedanken mit negativen Kräften noch verbunden. Aber ich sehe das auch so, dass jedes Land auch so ein bestimmtes, so karmische Angelegenheit in sich noch trägt. Genauso wie zum Beispiel in Deutschland, was ich immer aus energetischen Sicht wahrnehme, dass in Deutschland immer noch, auch wenn das nicht so viel ist wie früher, Aber es ist immer noch so, dass die Menschen von den vorherigen Generationen Schuldgefühle in sich tragen, vom Krieg. Also es ist wirklich viel, viel besser geworden, weil ich arbeite schon seit Jahren mit Gruppen. Vor ein paar Jahren war das noch viel, viel schlimmer. Trotzdem ist es noch da. Auch wenn sich die Ahnen schon durch das kosmische Licht und durch die Gnade Gottes, die jetzt schon so stark wirkt, schon befreit haben. Im Himmel haben die eigentlich jetzt wirklich schon Frieden und Heilung haben sie durch die Gnade Gottes erfahren. Aber viele Menschen, die physischen Menschen hier in Deutschland, tragen noch wirklich viel diese Schuldgefühle. Ja, uns wird ja auch irgendwie beigebracht, dass wir Schuldgefühle haben müssen. Es ist wie wenn wir keine Schuldgefühle haben für irgendetwas, das wir machen, dann sind wir schlechte Menschen. Also hauptbessere Schuldgefühle. Ich glaube, ich habe mal in einem Buch gelesen, es gab Neil Donald Walsh, die einzigen Feinde des Menschen sind Schuldgefühle und Angst oder so. Also Schuldgefühle bringen dir überhaupt nichts, aber wenn du Schuldgefühle hast, wenn ich zum Beispiel Schuldgefühle für etwas habe, dann habe ich das Gefühl, das ist gut. Dann bin ich ein guter Mensch, wenn ich Schuldgefühle habe, dann interessiert mich etwas oder so. Aber ich glaube, das macht dich schlussendlich nur kaputt und das bringt schlussendlich gar niemandem irgendetwas. Aber auch da wird es halt wieder irgendwie ein bisschen verdreht, das Ganze. Und so kann ich mir das auch so erklären, dass viele Länder ebenso auch so bestimmte karmischen Angelegenheiten in sich tragen. Und das wird jetzt sozusagen, muss jetzt ausgetragen werden. Und andererseits sage ich es mir, wir sind hier geboren. Also hier, du lebst zwar in Portugal, aber unsere Säle hat entschieden, hier rein zu geboren. Und wir wirken praktisch von dieser Position und jeder Mensch hat eine Aufgabe auf sich genommen. Also es wurde uns wirklich bewusst, in welches Land wir inkarnieren, welche Aufgabe wir uns auf sich nehmen. Und ich glaube, dass jeder Mensch hier eine Aufgabe hat, auch wenn sich der Aufgabe vielleicht nicht bewusst ist. Und ja, ich sehe das als globale Reinigung, globale Korrektur. Und doch werden sich die Steinchen dieser Mosaik dann zum großen Bild machen. Wir brauchen bestimmt noch ein paar Jahre, weil wir stehen wirklich jetzt erst am Anfang. Und auch die Pläiade sagen, wir werden noch mehrere Jahre in diesem parallelen Leben. Also wir zwitschern immer noch durch unsere Gedanken oder durch das offene Herz. Teilweise in die höheren Bewusstseinsdimensionen, aber dann wieder zurück, weil wir noch nicht so stark oder nicht so geübt sind, weil das für uns auch alles erst neu ist. Ja, dabei ist es ja auch wichtig, dass wir uns dieser Dinge bewusst werden. Dass wir eine bewusste Wahl haben, ob wir uns eben mit dem Göttlichen verbinden oder ob wir uns wieder mit diesem alten System verbinden. Weil bei vielen Menschen ist es ja, außer vielleicht diejenigen, die jetzt hier zuhören und die so in einer ähnlichen, so abstrakt unterwegs sind, dann läuft das ja eher unbewusst ab. Aber wenn wir uns mit diesen Dingen bewusst beschäftigen und auch bewusst immer wieder eine Wahl treffen, dass wir sagen, ich verbinde mich mit positiven Gedanken, ich verbinde mich mit Freude, mit Liebe, mit Dankbarkeit, dann gehen wir ja auch auf die entsprechende Zeitlinie. Ja, weil das ist, ich kann auch aus meiner Position sprechen. Ich kommuniziere zwar mit den Plejadern, aber ich lebe auch hier auf der Erde und ich habe auch einiges erlebt und ich bin im kommunistischen Land aufgewachsen. Und ich habe auch komplett anders gedacht, als ich jetzt denke. Ich habe auch meine Entwicklung hinter mir. Ich habe früher auch das kollektive Denken übernommen. Früher war ich in der Angst. Also ich wollte gar nicht mich äußern, weil das war auch nicht gewünscht. Also wir mussten alle gleich sein und es war alles verboten. Und diese Corona-Zeit, die wir hier jetzt erlebt haben, das war für mich auch nicht so schlimm, weil ich habe das alles gekannt. Und in der Corona-Zeit wurde mir auch noch mehr bewusster, wie wichtig das positive Denken ist. Und ich habe als Beispiel, weil man kann sich das immer so schwer irgendwie vorstellen, wenn man halt positiv denkt, wo man sich dann befindet. Aber ich wollte einfach eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Seminar mit einer Gruppe an dem bewussten Ausstieg aus den niedrig schwingenden Dimensionen gearbeitet. Und wir wissen, das hat also mehrere Faktoren, mehrere Richtungen. Also man muss wirklich sich entscheiden und auch dafür was tun und umprogrammieren im Kopf. Und wir haben so gearbeitet und am nächsten Tag hat mir meine Freundin, die dabei war, hat sie mir erzählt, stell dir vor, wir sind nach Hause gefahren mit meiner Freundin vom Seminar und wir sind diese Strecke schon tausendmal gefahren. Und wir waren plötzlich in so einer Landschaft und in so einer Umgebung, die wir noch nie im Leben gesehen haben. Und wir können das überhaupt nicht vorstellen. Und dann haben wir uns noch unterhalten und dann haben wir gedacht, ja, das ist bestimmt, das sind bestimmt die neue Räume, die dann für uns entstehen. Und je mehr Räume entstehen, desto besser können sich natürlich verbinden. Und das ist praktisch dann die neue Welt. Also die entsteht tatsächlich in uns. Durch unsere Umprogrammierung erschaffen wir neue Räume. Und überall wo diese künstlich erzeugte Zeit-Matrix platzt oder reist, entstehen neue Räume. Da bin ich wieder überfordert, dass wenn man den gleichen Weg geht, dass man plötzlich andere... Aber ich glaube, dass der typische Zweifler halt, das kann doch nicht sein und so blablabla, kann schon sein. Und das mit dem positiven Denken ist schon... Es ist sehr wichtig, weil zum Beispiel, ich habe ja erzählt, dass ich ein bisschen die Down-Phase gehabt habe. Aber ich habe sie niemals so stark gehabt wie früher, weil einfach ich nicht mit den Gedanken noch reingegangen bin und das alles noch unterstützt habe und mich selber fertig gemacht habe und, und, und. Sondern ich habe wirklich die Gedanken, wenn etwas gekommen ist, nicht ernst genommen und einfach versucht, gehen zu lassen und nicht da reingestiegen. Wenn man dann aber in diese negativen Gedanken reinsteigt, dann wird das noch viel schlimmer. Und das... So sehe ich, dass es wirklich wichtig ist, positiv zu denken, aber auch einfach nicht negativ zu denken und da noch mehr in diese Dunkelkammer reinzugehen, weil du irgendwie willst und es sind auch noch Gefühle, die das kennen und du willst da noch mehr rein. Das bringt es einfach überhaupt nicht so. Das geschieht durch unsere, genau wie du gesagt hast, durch unsere, durch unser Denken, durch unser Handeln, also durch, ja, durch das reine Herz, was die Pläder schon mehr als tausendmal gesagt haben. Da kommen wir einfach nicht einfach drumherum. Also das, das geschieht nur so. Ich habe auch mein Leben vor, von meinem spirituellen, oder von meinem spirituellen Leben, also ich habe auch komplett was anderes erlebt, wie es sich anfühlt. Das war für mich die richtige 3D-Ebene in der Tscheche, im Kommunismus. Und dann dadurch, dass ich dann umprogrammiert habe, das war aber auch nicht schnell, also das war auch Prozess für mich. Dann kann ich jetzt fühlen, wie das ist, wenn man tatsächlich umprogrammiert, wie, wie großer Unterschied zwischen diesen zwei Welten ist. Und wir wissen auch, wenn wir irgendwo sind, wo, ja, positive Menschen sind, dann sagen wir, ah, das ist so schöne Energie hier. Diese Menschen haben so schöne Energie um sie herum schon, also aufgebaut. Und irgendwo fühlen wir uns ganz schrecklich. Und dann sage ich ihm, ach, das ist noch die dritte, die 3D-Ebene. Ich habe das bei mir, und da frage ich mich manchmal, wieso. Also jetzt zum Beispiel hier habe ich eine wundervolle Energie, weil es einfach irgendwie positiv ist. Aber manchmal, wenn ich so irgendwie in einer Gruppe bin und alle sind so oberfröhlich und so gut gelaunt, dann ziehe ich mich irgendwie zurück und es zieht mich irgendwie zusammen und ich fühle mich irgendwie unwohl. Und das ist irgendwie strange, dass ich da nicht auch voll mitgehen kann. Aber hier ist es irgendwie ganz anders mit so, mit anderen, ja, keine Ahnung. Es ist einfach manchmal strange. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder, ja. Ja, es ist ja auch so eine Konditionierung, wenn wir uns zum Beispiel sehr intensiv mit den Geschehnissen der materiellen Welt beschäftigen, also zum Beispiel politische Themen oder Ereignisse, dann sind wir ja darauf programmiert, also wir bekommen Informationen, irgendwas ist passiert, irgendjemand hat was gesagt, meistens negative Dinge. Und dann sind wir ja noch so konditioniert zu glauben, dass das die Realität ist. Ja, genau. Und dann sind wir sofort wieder in dieser alten Matrix drin, wenn wir uns damit verbinden und das als Realität annehmen. Weil es ist ja auch nur eine, letztendlich ist es ja ein, also nehmen wir mal irgendein Beispiel, also es gibt irgendeine Nachricht, dass irgendwo was Schlimmes passiert ist. Mhm. Ja, und das gleichzeitig sind an vielen anderen Orten der Welt passieren unendlich viele auch schöne Dinge, wenn wir nichts erfahren. Ja, genau. Und in unserem, ne, in unserem Verstand entsteht dann ein Bild von der Welt aufgrund von bestimmten Informationen und wir glauben, das ist dann die Realität. Und was ich zum Beispiel faszinierend fand, wir sind ja von Thailand aus zurückgeflogen und ich habe dann so ganz lange so, teilweise sind wir relativ tief geflogen und ich konnte halt sehr viele Landschaften sehen. Und das Interessante war, dass über lange, lange Strecken man wirklich sehr, sehr viel Natur gesehen hat und ganz unberührte Landschaften und kaum Zivilisation und das über Stunden von dieser Flugreise, wo ich dann, wo mir dann auch nochmal so klar wurde, aufgrund der Dinge, die wir so erfahren, denken wir, die Erde ist überbevölkert und die Erde ist überfüllt und überall, es gibt noch ganz wenige Natur und so, aber die Realität, wenn man das mal mit eigenen Augen sieht, ist eine ganz andere. Also es gibt riesige Wälder, es gibt riesige unberührte Landschaften und das nur so als ein Beispiel. Ja, aber das finde ich auch, also das ist wirklich, das denke ich manchmal auch und sagt zum Beispiel auch, Anthony Williams sagt irgendwie, ich glaube 80 Prozent, also 20 Prozent der Erde sind bevölkert und der Rest ist unbevölkert und uns wird gesagt, wir sind viel zu viele Menschen und bla 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 bla. Also da, immer wenn irgendjemand sagt, ja wir sind zu überbevölkert, dann geht bei mir irgendwie ein Licht auf und ich denke, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Und Matthias zum Beispiel sieht das mit eigenen Augen jetzt, aber jetzt irgendwie ein Mainstream-Typ würde sagen, ah du bist naiv und das stimmt nicht und bla 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 bla, weil bla bla bla, es gibt immer, jeder hat natürlich seine Argumente und so weiter, aber das ist so, wir gehen nicht mit dem, was wir mit unseren Augen sehen, sondern wir hören lieber auf einen Politiker, der uns sagt, wir müssen das und das tun, aber unsere eigenen Augen, unsere eigenen Erfahrungen, die zurückliegen, legen wir dann weg, weil irgendein, irgendein Politiker uns sagt, wir müssen das tun oder ein Experte, der irgendwo gekauft wurde oder einfach, ja, es ist schon noch heftig, dass wir wieder uns selber vertrauen, weil wir haben die Wahrheiten in uns und das ist erschreckend, wie wenige das machen. Wie wir Bilder aufgrund von Informationen, die wir aus verschiedensten Quellen bekommen, wie wir dann ein Bild der Realität erschaffen, was möglicherweise aber gar nicht der, ja gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja, genau, du hast wirklich vollkommen recht, weil das ist also, wenn wir, wenn uns zum Beispiel jemand zehnmal lobt und einmal sagt, du bist, du bist einfach schlecht, dann sind die zehn Kommentare, die positive einfach irgendwie weg, aber du denkst nur, oh, der meint, ich bin so schlecht. Das kenne ich von den YouTube-Kommentaren, wirklich, sorry, aber das ist wirklich so. Zehn wundervolle Kommentare, Tobi, du bist wundervoll. Was ist das für ein idiotischer Typ, der hier diese Reactions macht? Bam! Aber ich bin natürlich sehr dankbar für alle logischen Kommentare, ich schließe sie alle. Das bleibt, das ist genau diese Konditionierung. Und du hast es auch so richtig gesagt, es wird uns einfach nicht gezeigt, was Schönes auch entsteht oder was Schönes auf der Erde auch geschieht. Und ich habe in Corona-Zeit auch viel im Telegram geschaut. Und das hat mich nach einiger Zeit auch so irgendwie so wütend gemacht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, ja, ich will informiert werden, das schon, aber irgendwie tut mir das nicht gut, mir tut es besser. Für mich ist es besser, wenn ich einfach in meiner Realität bleibe, wenn ich rausgehe und dann ist die Welt eigentlich in Ordnung und ich begegne auch keine bösen Menschen, wenn ich, weil die, ja, das Gesetz der Resonanz funktioniert jetzt, ja, hundertmal stärker als früher oder noch mehrmals. Also, ja, ich habe gedacht, ich tue mich lieber auf das Positive konzentrieren, als mich ständig so die Gedanken dazu machen, was passieren könnte, wenn das und das. Habe ich gedacht, nein, ich will diese Realität nicht. Ich schaffe mir meine eigene, dadurch, dass ich positiv bleibe. Weil ich habe gedacht, das Negative habe ich schon jahrelang in der Tschechei gehabt und ich will nicht mehr. Und dann habe ich genauso gedacht, habe ich mir eh so auf die positiven Sachen konzentriert. Ich finde das voll spannend, weil es wirklich so ist. Und auch da würden jetzt viele Leute zum Beispiel zu mir sagen, wenn ich so sagen würde, ja, du bist naiv, du musst wissen, was abgeht und so weiter. Vielleicht ein bisschen, aber ich weiss auch nichts über jetzt, also über den Israelkrieg habe ich noch gar nie irgendetwas angeschaut, Ukrainekrieg ist sowieso. Aber auch dort, wenn du dich für die, zum Beispiel eine der Eleganzern zu dir anschaust, auch das ist irgendwie deine negative Energie, weil du erfährst, wie böse und bla 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 das alles, wie hinterher, das bringt irgendwie auch nichts. Und sie hat recht, wenn ich nach draussen gehe, dann ist hier kein Krieg und so weiter. Das ist alles irgendwie wundervoll. Also das ist schon interessant und im Neil Donald Walsch Buch ist das sehr eigentlich cool beschrieben, wie es so funktioniert. Du läufst durch einen Tunnel und der ganze Tunnel ist bemalt mit Bildern und so weiter. Das ist eigentlich das Leben draussen. Und du läufst aber durch und du kannst eigentlich, wenn du durchläufst, du kannst nicht alles anschauen. Du kannst nur einen Bruchteil anschauen, weil du halt läufst. Also du kannst wirklich dir nicht alles anschauen und das ist halt das, was du siehst. Zum Beispiel dieses Gemälde jetzt, dann siehst du nur das und das da drüben siehst du nicht und das da nicht und das da unten nicht und das links und rechts siehst du alles nicht, sondern nur genau das da diagonal rechts oben. Und dann läufst du weiter und schaust vielleicht mal da links, aber alles andere hast du verpasst. Und die Medien und so weiter wollen uns halt immer auf diese Negativität halten. Und gestern auch bin ich, ich liefere ja Essen aus, bin ich in eine Wohnung gegangen, also in ein Wohnhaus. Und da, heutzutage gibt es schon die Medien, so Medienfernseher, gibt es schon in den Wohnhäusern, was völlig behindert ist, außer vielleicht, okay, wann kommt mein Zug, aber die wissen ja sowieso, wann der Zug kommt, weil sie haben ja das Handy. Und dann habe ich gleich gesehen, irgendwie, Mutter im Gefängnis, weil sie irgendwie Menschenhandel mit ihrer eigenen Tochter gemacht hat. Und ich war gleich so, what? Aber eigentlich interessiert das doch gar nicht, weil das ist so weit weg von mir, das ist so weit weg. Und einfach diese negativen Dinge, die dich irgendwie in der Negativität behalten wollen, immer diese negativen Nachrichten, das ist heftig. Ja, und was auch interessant ist, dass ja viele Menschen, also wenn man, ne, also zum Beispiel auch jetzt, ne, deine, die Botschaften liest, die, die ja von den, die du von den Pleiadiern bekommst, da ist natürlich, es ist halt, da gibt es halt kein Drama, ne, es gibt kein Drama, es gibt keine aufrüttelnden Ereignisse, es ist halt, ne, auf einer bestimmten Ebene vielleicht weniger spannend, ne, weil halt, wir sind ja so auch konditioniert darauf, dass irgendwelche, wir wollen halt, dass richtig was passiert, ne, dass wir aktiviert werden durch beeindruckende Ereignisse im Außen und so, das ist auch eine gewisse Prägung und Konditionierung, dass der Mensch auch irgendwie so eine Art von Trauma oder von intensiven Ereignissen braucht, um sich auch lebendig zu fühlen. Ja. Wenn er das nicht von innen, wenn er das nicht von innen hat, sich, sich erschafft. Aber es ist auch so, in den Büchern, die ich geschrieben habe, also es ist so, dass die Pleiade aber auch informieren und erklären, aber sie geben immer wieder gute Lösungen dazu, also es ist so, dass es nicht auch Angst aufgebaut ist, also sie, das schätze ich sehr, dass die das aber auch sehr gut erklären, wieso wir in dieser Lage gerade sind, also die ersten Bücher waren auch sehr, ja, also da, da habe ich auch erst vieles verstanden, aber sie geben jedes Mal wirklich eine Lösung dazu oder sie machen das auch so, dass diese Worte wirklich mit positiver Energie programmiert sind, dass der Mensch beim Lesen auch gleich Heilimpulse bekommt, dass, ja, dass die, ja, dass die wirklich helfen, dass da wirklich eine richtige Hilfestellung ist, dass die das nicht nur so beschreiben, wie negativ das gerade auf der Erde ist, aber sie sagen, ja, das kannst du noch machen, das und das und dann wird die auch besser gehen und man kann die Hilfe annehmen oder auch nicht. Und das, was Matthias gesagt hat, finde ich, zu 100 Prozent, dass wir wieder auf trainiert sind, um irgendwie, ja, etwas zu bekommen, was uns halt dann aufwühlt und so weiter, zum Beispiel Drama und so weiter und Hollywood und das Ganze ist so aufgebaut, jeder Film ist, fast jeder, 90 Prozent sind gleich aufgebaut, gut, schlecht und du kommst ins Drama, dann wieder gut, schlecht und dann am Schluss immer gut so. Und da kommst du in diese Fahrten rein und hu und hi und ha, aber es ist immer so, es ist gesteuert und dann gewöhnst du dich daran, dass auch. Das Leben und deine Beziehungen müssen auch so sein, weil es ja dir so aufgezeigt werden, in jedem Film gibt es Traumabeziehungen, dann muss deine Beziehung auch so sein und das ganze Leben muss negativ und wieder gut sein und das ist so wie eintrainiert in uns, weil wir das halt ständig sehen und dann sehen wir das auch ständig bei unseren Mitmenschen, weil sie auch da drin sind, dass sie denken, das muss so sein und wir lernen das von unseren Eltern und so schwimmen, wir einfach in diesem Strom mit und checken gar nicht, dass es eigentlich gar nicht so sein muss. Ja, es ist uns endlich, es liegt in unseren Händen, gell? Ja. Ja, und wie viele Lichtwesen wir hier auch auf der Erde haben, dieses Jahr haben wir auch die Engel der Klarheit noch durchbekommen, weil die Pleiade haben das Jahr Jahr der Klarheit genannt, weil durch diese Geometrie oder die lichtvollen Strukturen neue Strukturen hier auf der Erde entstehen werden, neue Strukturen in der Gesellschaft, neue Strukturen in Familien, Systeme und neue Strukturen in uns selbst und dazu haben wir auch diese Engel, wunderbare Engel bekommen, damit sie uns unterstützen, damit sie uns auch die Klarheit geben, was wir eigentlich wollen, weil wir sind sehr oft, ja, wir wissen nicht jetzt auch recht, ja, was wir machen sollen und die geben uns die Klarheit und die Pleiade sagen, ja, es wird noch, das wird nicht für viele von uns leicht, aber durch diese ganze kosmische Ordnung, die jetzt zu uns kommt, werden wir mehr Ordnung hier auf der Erde haben, also erst mal muss ich alles, ja, erst mal, viele Systeme müssen erst mal brechen und dann werden neu gebaut. Es ist einfach unglaublich, was in dieser Zeit gerade geschieht und wir mittendrin. Ja, das ist sehr, sehr spannend, ne, also durch diese, also dadurch, dass diese höhere Frequenz jetzt auf die Erde kommt, ist es ja auch so, dass die Dinge, die nicht funktionieren, dass die sichtbar werden und dass die auch erst mal, ja, die müssen erkannt werden und da, erst dann können sie natürlich auch kollektiv aufgelöst werden und dann können sie auch ersetzt werden, das ist halt einfach so, das ist dieser, dieser Reinigungsprozess, ja, ja. Und erst mal kommt wirklich alles, was vorher nicht bewusst war, dem Kollektiv, kommt an die Oberfläche und wird sichtbar, also auch andere Dinge, ne? Ja. Ich glaube auch, dass auch dadurch, dass wirklich, dass ja die Klarheit, genau so wie du sagst, es wird einiges klar, also viele, wir konnten bis jetzt viele Sachen verstecken, aber das geht nicht mehr, das wird alles sichtbar und unsere Intuition wird auch jetzt sich vertiefen dadurch, dass wir uns mehr und mehr anbinden, ja, also wir werden auch fühlen, ganz genau, ob das für uns gut ist oder nicht, also bestimmten Sachen oder bestimmte Menschen und, ja, deswegen ist diese ganze, ja, wirklich Chaos hier, weil plötzlich entscheiden wir, okay, also, ich mag doch nicht mit diesem, mit meinem Partner zusammen sein, das passt nicht mehr, das passt nicht mehr, ich, jetzt ist es mir endlich klar und, ähm, oder es passt nicht, dass ich in diesem Haus wohne, wie auch immer, gell? Ja. Ja, und jetzt stehen die Menschen natürlich vor den Entscheidungen, wie mache ich das, aber ja, es ist wirklich auch ganz wichtig zu vertrauen, dass wir, dass alles gut wird, dass wir doch geführt sind, dass wir unendlich Lichtwesen um uns herum haben und die uns unterstützen, wir sind nicht alleine. Ja. Ja, und wenn wir in dieser, in dieser Ausrichtung, in dieser Verbotenheit bleiben, dann, äh, manifestiert sich das ja auch in unserer Realität, in unserem Alltag und wir haben halt, ne, die Resonanz zu auch positiven Ereignissen, wir ziehen die richtigen Menschen in unser Leben, das, das manifestiert sich ja jetzt viel schneller als vor einigen Jahren. Das stimmt, ja, ja, wenn wir, schon wenn wir, wenn wir an irgendwas denken, gell, dann kommt das nächsten Tag, ja, oder auch wenn es negativ ist, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir uns auch nicht das anziehen, gell, dass wir jetzt auch die richtigen Worte wählen, weil es gibt keine Grenzen mehr und, ähm, das geht jetzt alles schneller als früher, aber auch natürlich unsere Wünsche können auch schneller in die Erfüllung gehen, weil wir haben jetzt durch die Herzenskraft, äh, ja, so, ja, bessere Manifestationskraft, die wir eigentlich schon immer hatten als Menschen, als Menschheit, das wird zu uns auch alles zurückkehren, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre, bleiben wir realistisch. Naja, wir haben ja, also wir hatten ja immer diese Manifestationskraft, nur durch die Manipulation haben wir die ja oft dafür, uns negative Dinge zu erschaffen und dass, äh, wenn wir bewusst darüber sind und dadurch, dass wir jetzt uns noch mehr Energie zur Verfügung steht, können wir jetzt viel schneller auch positive Dinge manifestieren. Ja, weil, ähm, ich hab das auch öfters gesagt, ich hab das früher auch nicht gewusst, aber, äh, in unserem fünften Herzkammer befindet sich auch, äh, freie Energie. In diesem, in dieser winzig kleine Stelle, dieser Nullpunktfeld, äh, da befindet sich freie Energie und die verbindet uns mit der freien Energie da draußen. Also wenn wir, äh, ja, die Herzenskraft richtig aktivieren, dann, äh, dann ziehen wir, äh, ja, ja, die positiven Sachen zu uns, können wirklich dann tatsächlich mit der Zeit richtig manifestieren. Manifestieren kann man auch so sehen, wenn wir uns Situationen, positive Situationen manifestieren, gell? Also müssen nicht gleich, äh, äh, physische Gegenstände sein, wie wir das früher gemacht haben. Genau, das kommt dann später, ne? Das kommt dann später. Da brauchen wir noch bis jetzt, ja. Ja, wir können schon, äh, ja, positive Situationen manifestieren. Mhm, ja. Ähm, hast du denn noch eine, eine ermutigende Botschaft für diejenigen, die gerade, ähm, große Herausforderungen haben, die gerade sich schlecht fühlen, ne, die, deine Worte hören, aber das nicht so richtig fühlen können und, äh, äh, sich fragen, äh, ja, ich glaube daran, aber ich bin da gerade nicht und ich fühle mich gerade nicht so und ich habe einen Haufen Probleme und Herausforderungen. Ähm, hast du was Mutmachendes für diese Menschen? Ja, das ist genau das, äh, was die Menschen bremst, weil, ähm, die Plejade sagen in dieser Zeit und auch nicht nur Plejade, auch viele andere Wesen, Lichtwesen, glaubt daran, dass in dieser Zeit alles möglich ist. Es existieren keine Grenzen mehr, die euch hindern. Und in dieser Zeit, ich sage das bei jedem meinem Seminar, wir müssen, also wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir, ähm, anfangen, anders zu denken und uns den neuen Möglichkeiten wirklich öffnen, also wir sollten unsere Horizonte einfach vergrößern und über die Horizonte sogar schauen, ähm, und uns wirklich sagen, ja, es ist wirklich alles möglich, also wenn, zum Beispiel durch diese Sonnen, ähm, Informationen können wir auf körperlicher Ebene wirklich heilen. Es reicht, wenn wir rausgehen, wenn wir uns mit der Sonne verbinden und wenn wir daran denken, ah, die Sonne ist eigentlich ein Portal, ähm, zu der göttlichen Quelle und zu positiven Informationen. Also wir sollten aufhören, ähm, mit diesem komplizierten und schweren Denken und sagen, in dieser Zeit ist alles möglich. Ja, das stimmt schon. Weil der Zweifler, der, der zieht dich ja schlussendlich nur runter und das bringt gar nichts. Und die Sonne, ich meine, wenn ich in die Sonne sitze, dann ist das einfach, und jeder Mensch hat das, glaube ich, ist das einfach ein anderes Gefühl. Das ist die Wärme, die durch dich durchströmt, das Licht, das dich reinigt und so weiter. Und du kannst noch den Engel der Sonne herbeirufen und ihm bitten, ihm sagen, er solle doch die Sonnenkraft, die Heilkraft der Sonne verstärken, dass er dich noch tiefer heilen und reinigen kann. Das ist auch zum Beispiel schön, dass du ein bisschen so damit spielen kannst. Ja, also die Sonnenkraft, das ist wirklich göttliche Wärme, göttliches Licht, das ist wundervoll. Die Zeit ist alles möglich. Das ist unsere große Aufgabe jetzt, das zu verstehen. Es ist jetzt alles möglich. Und wenn wir das zulassen, dann werden wir auch nicht so altern. Wir können auch viele Krankheiten auch leichter, sage ich mal, besiegen, weil wir das in uns praktisch umprogrammieren. Und was noch hilft, ist ganz einfach, mit dem Körper zu sprechen. Körper ist auch ein Wesen und unser Körper hat bis jetzt oder trägt auch teilweise noch viele Programme in sich, Programme der Illusion, Programme der Manipulation. Und der Körper muss auch verstehen, dass wir jetzt sozusagen neu starten. Wir haben jetzt unendlich viele kosmische Frequenzen. Wir starten jetzt tatsächlich neu und der Körper muss das auch verstehen. Weil unser Geist, wenn das schon verstanden hat, dann müssen wir das aber auch dem Körper übermitteln. Und die Seele hat sich schon wirklich ausgedehnt, die hat sich schon wirklich wunderbar ausgedehnt. Aber Geist und Körper, die brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Ja, das hast du wirklich schön gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend und es braucht halt immer wieder unsere Erinnerung daran, dass wir uns, ja, also auf das konzentrieren, was wir uns wünschen. Dass wir uns nicht mehr auf das fokussieren, was wir nicht wünschen, dass wir sehen. In die Selbstverantwortung zu gehen ist der eigene Schöpfer. Und das gilt wirklich mehr als denn je. Ja, vielen Dank. Danke auch. Danke für die Einladung. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für das Zuschauen, das Zuhören. Danke für eure Unterstützung. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen, wenn er euch gefallen hat. Es gibt noch spannende Infos unter diesem Beitrag, auch Veranstaltungen von der lieben Pavlina, kostenlos. Schaut euch das auch gerne an. Und ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel, viel Freude im neuen Bewusstsein, in der neuen Zeit. Das wünsche ich auch. Und viel, viel Licht auf den Weg. Ja, danke. Alles Liebe. Bis ganz bald. Alles Liebe. Danke. Bis bald. Tschüss. Ja, wundervoll. In der Hoffnung bleiben, dass alles gut kommt. Auch, und das ist schwierig, ich habe es gesagt, ich war auch ein bisschen im Loch. Und einen Tag habe ich wirklich gesagt, hey look, es ist okay, ich habe keine Lust mehr. Ich habe alles gesehen, jedes Gefühl durchlebt und so weiter. Von mir aus kann ich wirklich jetzt gehen. Ich habe keine Lust mehr, diese Schmerzen und so weiter spüren zu müssen. Es ist gut. Ich bin zufrieden. Ich habe es gesehen, es war schön hier, aber weg. Aber ich glaube, das ist nicht das, was wir jetzt hier tun, sondern wir bleiben hier mit der Hoffnung halt. Es kommt alles gut, auch wenn man in diesen negativen Dingen ist. Weil wenn ich gut gelahnt bin, dann ist alles brutal und so. Ja, dass man das vielleicht irgendwann mal so auf eine Ebene bringt. Ich danke dir vielmals, dass du zugeschaut. Wundervolles Video. Sehr viele Informationen. Gute Schwingungen auch drin, die ich wirklich immer wieder mal gespürt habe. Mein Körper ist wirklich geschwungen wie ein Tennis-Racket. Ich danke dir vielmals. Wir sehen uns das nächste Mal. Bei uns. Vielen Dank.